Okay, wir gucken uns jetzt von Kein Konzept, Monte geht rein, Twitch am Limit 83 an. Seid ihr bereit? Nein? Egal, ich mach's trotzdem. Aua, oh, tot. Gerade im Urlaub, deshalb kam so lange nichts. Hoffe trotzdem, dass euch das Video gefällt. Ne. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch am Limit. Sollen wir uns mal wieder Kein Konzept reinziehen? Kein Konzept haben wir uns schon sehr, sehr lange nicht mehr reingezogen. Ich lass mich nicht hier. Oh nein. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal lieber ein anderes Video an. Wenn ich Worte finden müsste für Kein Konzept. Ja, 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 kein Konzept. Außer Strobe. Der hat, ach, ist auch egal. Scheiße, Junge. Fuck. Kenne ich nicht? Ja, du bist ja auch elf, Digga. Da warst du wahrscheinlich schon nicht mehr geboren, als der Film rausgekommen ist. Wir gucken, wann der Film rausgekommen ist. Die Maske. Ich wurde da selber noch nicht geboren. Dieses Hopps, Hopps, Hopps. Das wird safe in irgendeinem Meme-Virus demnächst auch verbaut. Wenn jemand komplett genommen wurde und dann wird diese Stelle abgespielt. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer, ich kann, ich sehe den so oft in Highlights, aber ich weiß nicht, wer das ist. Wer ist denn das? Ach, das ist dieser Gigant. Oder Gigant. Gigant. Ich müde mich an kurz und lese die ganzen Subs vor. Ja. Perfekt, ich bin fullmute. Ich schwöre es euch, Leute, wenn auch nur einer von euch, der vor einem Clip macht, dann... Ach, das ist immer unangenehm, so. Diese Aussage, so. Ich hoffe, keiner macht einen Clip. Oh. Ja, schwierig. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video. Ja, rein, Bruder. Feier ich. Hab ich gefeiert. So was feier ich. Feier ich. Geiles Video, wirklich. Guckt jetzt hin. Stunt. In 3, 2, 1. Honey mag Warzone spielen. Bruder, okay. Ich bin... Okay. Discord, 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 Discord. Hallo? Bist du da? Bist du da? Ja, gut. Nein, nein, nein. Och, Mann, nein. Och, Mann. Och, jetzt ist mein Headset auch noch. Ja. Weißt du, man muss auch mal zeigen, ungeschminkt. Weißt du die Wahrheit, ne? Das war ja gestern zu mir. Manchmal denke ich dann daran, dass du minderjährig bist, wenn du ungeschminkt bist. Heute ist ein guter Tag. Gleich nochmal Toss, Achtung. Wieso, was kommt denn da gleich nochmal? Okay, wait. Okay. Ich finde es genauso komisch, wenn ihr, angenommen, Ihr liegt mit eurer Mom im Bett, okay? Ihr kusch mit eurer Mom. Mäßig. Hä? Was denn das für ein Thema? Steel Hill, dankeschön. Aber, hä? Seid ihr immer der kleine Löffel oder der große Löffel? Wieso hat er die Zahnbürste im Zimmer? Timon, dankeschön. Jetzt mach ich die Box mal. Auf Clever, nicht? Oh! F*** nicht, Bruder! Ach so, okay. Wir kommen aus einer anderen Zeit, aber wir gehen voreingenommen rein bei Nini. Okay, jetzt hat sich ein bisschen komisch angehört. Mein Lieber. Mein Lieber. Also, ich hab irgendwas gedrückt auf mein Telefon und auf einmal hab ich solche Supps, irgendwelche Supps. Was ist das? Weißt du noch Videos gemacht hast? Also könntest du jetzt rein theoretisch diesen Vorgang... Ich bin von Pornhub auf Hugis? Nein, ich wollte dir eigentlich was ganz anderes sagen. Unter Freunden wollte ich dir das sagen. Ja. Ich war grad bei Honey Pornhub. Feier's, dankeschön. Ich... War das nicht gut? War das nicht gut? Ich dachte so vielleicht Dinger. Als wäre jemand auf eine Katze getreten. Ja. Wer bist du? Alter, da bin ich! Ich hatte das letztens. Letztens... Ich stand am McDonalds, da kam so eine Frau und hat rumgeschrieben. Er weiß... Nicht so. Jetzt hab ich übelst viel gespuckt. Hast du nicht gesagt, du bist... Aber auch... Dankeschön fürs Lecken. Ah, darf man nicht. Gut. Oh, sorry. Vielleicht hab ich's auch nicht gesagt. Vielleicht war es auch... Was? Was hat er denn gemacht? War da? Was war da? Nicht so. Jetzt hab ich übelst viel gespuckt. Hast du nicht gesagt, du bist... Aber auch... Dankeschön fürs Lecken. Ah, darf man nicht. Gut. Oh, sorry. Vielleicht hab ich's auch nicht gesagt. Vielleicht war es auch... Nee, ich mein, das ist so... Nein, ich weiß noch. Genau der Tag so. Knossi, Knossi war auch abgefuckt. Man hat das gemerkt. Das ist einfach... Das hat so ne komische Stimmung, Alter. Kompakt. Der hat seine Aufwechsamkeit für eine Sekunde bekommen. Seine Mutter bekommt aber zwei Minuten Aufwechsamkeit in Form von meinem... Jalla. Goodbye. Sextalk mit Emilia und Leon. Geh mit deiner Hand lieber mal zu Rea. Wieder mal kein Konzept. Video ist die Kerne. Check, check, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Ich stecke so viel Arbeit in die Videos. So sieht man... Ja. Ich muss sagen, das war jetzt... Vielleicht hängt das auch mit meiner Müdigkeit so ein bisschen zusammen. Weil ich bin jetzt nicht mehr der Wacheste. Aber ich fand... Wie fandet ihr die Runde? Die Runde. Also es hat ein bisschen nachgelassen heute, oder? So. Bitch, I don't like you what you talk about. Bitch, what you think about a motherfucking bitch? Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.